Könnt ihr euch noch das Lied, ja, ihr an! Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. HLV, 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 HLV! Der HSV ist für mich einer der Top-Vereine in Deutschland. Auf eine Stufe zu stellen, ganz klar, mit Bayern München, Dortmund, auch Schalke. Wenn man so will, seid ihr am Ziel einer langen Reise. Ist ja klar, ihr spielt halt meistens Scheiße, mit riesigem Trainerverschleiße. Die Flaute im Herzen, dem Dino fehlt Begeisterung. Bergab, kein Antrieb, kein Schwung. Zu wenig Mut auch. Wir wollten euch nur mal eben fragen, seid ihr faul oder einfach schlecht? Schlecht, ganz schlecht, sehr, sehr, sehr schlecht. Und sicherlich werdet ihr dann sagen, weder noch, wir hatten einfach Pech. Hat auch mit Disziplin zu tun. Wenn man so will, ist eure abwehrende Chill-Out-Area. Eure Gegner finden's wunderbar. Diese Schieß-Bodenabteilung mit Van der Vaart. Ein Seidenschalaufsichtsrat. Elf Pfosten, von denen jeder ungefragt quakt. Voll beknackt! Hey, ihr geht uns auf den Pfeffersack! Wir wollten euch nur mal jedem sagen, dass ihr die größte Krütze spielt. Die Hose voll und die Flasche leer. Daran viel Spaß im nächsten Jahr. Das war schon alles. Noch nicht ganz? Hier ist das Schlusswort von HSV-Urgestein Charlie Dörfel. Das ist eine sterbende Sau.